Dies sind die Aufzeichnungen von neun Mitgliedern der Majestic 12 Verschuldungsgruppe, welche in einem Haus leben, das von einem japanischen Gebäudeplan entwickelt wurde. Ihr Unternehmen war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, aber was wird alles passieren? Entfahren Sie es in der heutigen Folge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geh rein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020